so die straßen nur parkour parkour nein er hat mal Schaffschutz wieder geklaut er hat mir gedacht er hat mir gedacht er hat mir gedacht fast schon fast schon äh weil ich ja gedacht wir brauchen unbedingt noch eine Kampflugzahl beim letzten äh dann können wir uns äh dann können wir uns dann können wir uns es leisten 10 mal zu sterben ja aber dann wohl ich werde es gar nicht sterben versuchen ja das schaffen wir nicht komisch ich treff dich irgendwie immer breite irgendwie ab was sonst Invincible da da sa ey noch 15 Punkte mehr ey das soll ein Scherz sein man lol ey was kommt jetzt noch ey 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 ja 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 letzte Folge äh ich weiß nicht falls ich grad übelstens hessen schmatze dann heißt es dass ich grad Milka esse achso Schokolade kannst auch einfach sagen Milka hört sich komisch an und würdest du wissen wie es sich noch komischer anhört würdest du wissen wie es sich noch komischer anhört hehehe was denn Milka ist das Lava erzähl dir mal von ihm fail äh ich weiß es gar nicht mehr genau also wir haben Minecraft gespielt und und da hat so unsere Kuppel so drauf gebaut dass so mein Berg war dann hab ich mir mal so einen Spaß erlaubt und hatte Lava und dann hab ich so Lava eingegossen und dann hat äh mein Kuppel verkaufbar statt gesagt wo hast du Lava angemacht ich 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 musste mich erstmal an der äh an der Vorstellung entwecklachen wie so Lava und auf Schalter und dann hat noch etwas gesagt was mich echt zum wegschmeißen gebracht hat äh äh das ist so ein also dass wir uns das vorstellen sollen wie so ein richtiger Asslack sagen würde Joach hast du Lava angemacht ich weiß es das ist eigentlich vollkommen idiotisch wieso ich mir darüber einen weglache aber ich fand's lustig ja ich hab ihm gerade das Headshot Geräusch bei dir gehört ja das Headshot Geräusch was ihm gerade jemanden Headshot verfasst ja ja irgendein Headshot halt ja das Plasma äh Plasma-gewehr und die Welt nicht ganz schön schön ganz schön oder reyn verboten ehhh reyn verboten reyn verboten reyn verboten Ich hab den Drohnen in einem Headshot verpasst. Hä? Doch, ich hab da grad so ein Headshot Geräusch gehört. Nein, bei mir war es Kahn deutlich. Siehst du? Genau das gleiche Geräusch hat dich auch irgendwie gerade. Yo! Alter, übertreib! Boah, das war knapp. Ich hatte ein halbes Leben. Äh, halbes Leben. Gar kein Leben mehr. Lauf, Sweetie, lauf! Mr. Ender. Egal, was ich gesagt habe. Hast gerade deinen Lahmen, deinen Namen in die Welt rausposaunt. Ist mir scheißegal, ich kann euch jetzt einfach dein sagen. Du machst es nicht. Weil ich sonst nie an Nien-Cat abspiele. Weil ich sonst Nien-Cat abspiele. Warte mal, was für einen Rang hast du überhaupt? Also ich sehe gar nichts. SSSS! Das gibt's doch nicht. Nein. Du hast S. SSAS. Äh, Box öffnet 17200, what the fuck. Hä? Ich kann mich nicht erinnern. So viele Kisten eingesammelt waren. Ah ja, noch ein kleiner Zwischenstand zu unseren Credits. Da wir schon alle Waffen voll gesammelt haben, verstauben, äh, nein. Versperrt, äh. Äh. Meine Wortwahl ist heute echt richtig geil. Vielleicht liegt's daran, weil ich ein ganz, äh, weil ich, äh, nur ein bisschen, äh, getrunken habe. Also nur ein bisschen. Erd. Trinke nicht. Ja, ich bin noch zu jung dafür. Aber ich werde das auch... Ich hab, ich hab genug getrunken. Aber ich werde auch nicht trinken. Egal. Vielleicht liegt's daran, weil ich ein bisschen getrunken habe oder die Tatsache, dass es 6.12 Uhr ist immer eine Stunde geschlafen. Und ich bin um halb 6 Uhr aufgewacht. Halb 6 Uhr. Abend. Ich bin um 20 Uhr aufgestanden. Ja, aufgestanden. Ich bin auch so, äh, so um 20 aufgestanden. Aufgewacht bin ich um halb 6, aber aufgestanden bin ich um 8. Ja, so. Achso, okay. Wie die, wie die alle da so machos stehen, ey, mit den Schultern und riecht die raus. Nein, mit der Brust riecht die raus. Leiche Boss. Ja, ja. Wir gehen gerade in die Wukibu. Sind wir jetzt da? Nein. Sind wir jetzt da? Nein. Sind wir jetzt da? Sind wir jetzt da? Sind wir jetzt da? Sind wir da? Ja. Sind wir da? Ja. Ja. Du lügst. Braver Party. Nein, warte mal hier. Mal die Zimmer, ne? Falsch jetzt die Wehre. Weiß das eine ist für dich. Okay. Hallo. 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 ich habe einen goldenen Revolver, damit kann ich Hitshots landen hast du Daten an der Station aktiviert? ich habe die Station angemacht ich habe die Station angemacht die sind nur keine Action, die da sind für dich nein nein der schlägt nicht, der war im Haarkampf hast du behindert? der macht einen Haarkampf, obwohl der noch einen Raketenwerfer hat auch logisch der schlägt nicht ich nehme dich mit, die da sind ja du rutschst 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 du schlägt du und投du du wow wow ich werde abgeballert Von allen Seiten, haben wir durchgefahren. Ah, ich werbe, ich werbe, nein, die sind meine Toten, die sind tot. Ich bin doch gar nicht gestorben, oder? Die sind mir aber ungewurscht. Was machst du denn? Bis zu. Ist mir nicht so traurig. Oh, bähn... Das geht jetzt wieder los. Mhhm, mhm, mhmm, mhm. Komm, 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 weg! Hä? Fähig, Soldaten. Ja, machen wir mal das dritte Episode, das zweite Kapitel, da kannst du, also da habe ich gleich die Headshots gelandet, oder 50 sogar, weißt du, das dachte ich auch, aber auf dem Weibach zu spiel, aber dann halt, find ich geil, au, der Jericho hat mich selbst umgelegt, ey, das war auch geil. Ey, look down! Alles, alles. Tank kim? Der kugelt mich, der kugelt mich an, der kugelt mich an, der kugelt mich an. Alter, standard word for 20 ... kopf ich habe die aus den games was du hörst ihn alter ey man hätte es ja mal übelsempfindlich ja komm der fernseher ist erstens 20 Meter jahre ich habe die Kino-Line bei der Fernseher ich gehe gehe heimlich in Cinemax um da um zu spielen genau ey da war gerade voll der Fall bei dir zuerst hast du eine Schrufe und jetzt hast du auf meine Revolve in der Hand und du hältst sie zwei Arme ich hätte zu dir ich habe so ein Gericht geht es ich nix überspringen wir starten und das erste was ich sehe ist dein ist dass dein Kampfanzug raucht ja 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 ja